So, für alle, die sich das jetzt auf YouTube anschauen, herzlich willkommen. Jetzt warten wir noch, bis ein paar Leute dazukommen, die können uns auch schon den Fragen widmen. Sehr gut, Nummer eins. Hallöchen. Ich bin gespannt, wie viele es heute schaffen werden. Heute ist die Stunde, heute haben wir unseren Livestream auch auf 45 Minuten erhöht. Bin immer gespannt, ob wir diese Zeit dann auch ausfüllen mit Fragen. Das würde mich natürlich sehr freuen. So, ich sehe Nummer zwei. Gut, also ich würde jetzt einfach mal sagen, ihr könnt jetzt einfach auch schon mal anfangen, euch Fragen zu überlegen und die einfach mal schon zu posten. Und wenn jemand dazukommen sollte, dann wird er dann auch noch die Möglichkeit haben, ihn natürlich Fragen zu stellen. Wir haben heute relativ viel Zeit, deswegen gehen wir die Sache auch ein bisschen lockerer an, würde ich mal sagen. Hallo Dirk, freut mich, dass du heute auch dabei bist. Und wie gesagt, das wird heute glaube ich ein etwas lockeres unterfangen. Und deswegen könnt ihr eigentlich schon mal beginnen. Ich werde jetzt noch mal die Regeln posten. Regeln für den Livestream, kein Posten von Links. Das steht an erster Stelle, weil das wäre unfair. Dann müsste ich mir irgendwie anschauen. Und das wäre dann einfach zu zeitaufwendig. Keine negativen Kommentare. Das macht natürlich Sinn. Wir wollen uns ja helfen. Und spezifische Fragen wären mir am liebsten, weil dann kann ich eben auch direkt antworten, weil auf allgemeine Fragen könnte ich halt auf jede Art und Weise irgendwie antworten. Und ich weiß dann nicht, ob das dann auch wirklich hilfreich ist. Deswegen einfach den Kontext herstellen. Das ist auch dann Punkt Nummer vier. E-Mail-Kontext umso besser. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich kann in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen was erzählen. Ich arbeite momentan auch an ein paar Projekten. Momentan beschäftige ich mich auch mit dem Galeriesystem im Detail. Und zwar wie Künstler mit Selbstvermarktung trotzdem eben auch eine Galerie für sich nutzen können. Das ist nicht immer von Vorteil, aber es kann von Vorteil sein. Und da überlege ich mir gerade eine Art Zusammenfassung aus Faktoren, die eben wichtig werden für jemanden, der unabhängig eben versucht, auch seine Kunst am Kunstmarkt, am traditionellen, primären Kunstmarkt auch zu präsentieren, welche Dinge da eben wichtig sind. Beispielsweise gibt es von Galeristen oft die vor, diese, was soll ich sagen, seine Vorschrift, dass die Kunst dann exklusiv ausgestellt wird. Das bedeutet, es kann auch mal passieren, dass in dieser Vereinbarung, im Vertrag, dann auch gerne mal drinsteht, Exklusivrechte für die Ausstellung dieser Werke national. Und wenn man sich den Vertrag nicht durchliest, dann hat man ein ganz großes Problem. Ja, weil es kann dann halt bedeuten, dass man in keiner anderen Galerie mehr in Deutschland ausstellen darf. Und das kann halt einfach ein ganz kleiner Passus sein. Auch ganz wichtig, ein Faktor, der sehr übersehen wird, wann werde ich ausbezahlt, wenn das Kunstwerk verkauft wird. Da habe ich jetzt letztens mich auch mit einer Künstlerin unterhalten. Und da war es tatsächlich so, dass die Galerie sich vorbereiten hat, wann sie denn tatsächlich den Künstler dann bezahlt. Also das kann dann auch schon mal Monate dauern, bis dann überhaupt nach dem Verkauf dann tatsächlich auch das Geld ankommt. Wie viel kommt an? Wer bezahlt für den Versand? Das muss auch natürlich geklärt sein. Das sind Dinge, die man nicht einfach so auf sich zukommen lassen sollte. Und ja, viele andere Dinge, eben auch Versicherungen beispielsweise, ist auch ein interessantes Thema. Und ja, das sind einfach so Punkte, die ich mal angesprochen habe jetzt mal. Vielleicht bietet euch das vielleicht auch ein bisschen Stoff für Fragen. Ich sehe, es kommen keine Fragen. Die Frage von Anke, ups, und das dann bei 70 Prozent für die Galerie. Ich weiß nicht ganz genau, was du damit meinst. Vielleicht kannst du noch mal konkretisieren, was genau du damit meinst. Ja, es ist also zum einen ist es schon mal so, dass Galerien zum Teil, also zum größten Teil ist es noch nicht so, dass sie 70 Prozent verlangen. Also der Trend geht in diese Richtung. Aber 50 bis 60 Prozent kann schon mal passieren. Also 50 ist völlig normal. 60 Prozent ist auch normal. Es kommt eben auch auf die Miete an der Galerie. Und da muss man dann wirklich aufpassen. Es ist zum Teil auch so, wenn man Kunst dann versucht, auf dem primären Kunstmarkt zu platzieren, dann hat man oft das Problem, dass ja die Materialkosten nicht einberechnet werden in den Verkauf. Also es bedeutet, ich habe beispielsweise ein Kunstwerk und investiere 500 Euro oder 1000 Euro in die Produktion des Kunstwerks und ich bekomme dann aber nur 50 Prozent vom Verkaufspreis, dann ist ja trotzdem der Preis, den ich ja für die Produktion bezahlt habe, nicht gedeckt. Das heißt, eigentlich bekommt ja der Galerist dann mehr als 50 Prozent, weil ja meine Kosten höher sind. Also da muss man dann auch konkretisieren. Danke schreibt, dass die sich mit der Zahlung so viel Zeit lassen. Ja, das kommt echt tatsächlich vor. Das hängt einfach auch damit zusammen, weil oft Galerien halt einfach keinen stetigen Cashflow haben. Sie können sich nicht unbedingt darauf verlassen, dass dann auch wirklich Geld reinkommt. Und mit dem Geld muss in irgendeiner Art und Weise gearbeitet werden. Wahrscheinlich. Also es gibt viele Theorien darüber. Ich habe jetzt letztens auch ein Buch gelesen von Maria Brophy. Sie ist auch Kunstagentin. Kann ich auch empfehlen. Success, Money, Art oder so heißt das Buch. Und sie ist eben Kunstagentin für ihren Mann und sie beschreibt das dann auch im Detail. Gerade dieses Problem Provisionen und dass man da eigentlich dem Ganzen auch einen Riegel vorschieben sollte. Im positiven Sinne. Also ich habe lange Zeit, muss ich auch sagen, ich habe lange Zeit so eine harte Aversion gegen Galerien auch gehegt. Einfach aus dem Grund, weil der Preis meistens nicht gerechtfertigt ist, den sie dann eben auch erhalten. Weil der Preis, den sie normalerweise dann verlangen, diese 50 Prozent, können unter Umständen einfach nur daher hören, dass sie nicht wissen, wie sie die Kunst langfristig auch verkaufen können. Das bedeutet auch, dass sie kein System haben, auf das sie sich verlassen können, um diese Kunst auch dann langfristig zu verkaufen oder generell zu verstehen, was die Zielgruppe überhaupt möchte. Und dann müssen sie eben aus der Not heraus viel Geld verlangen. Und das ist eben keine Strategie für einen Künstler, der versucht, sich am Markt zu etablieren, weil es ist ja auch der Versand dorthin. Ja, das ist ja eine Sache, ob das jetzt die Galerie ist, die in einem eigenen Ort ausstellt oder ob das dann wirklich eine Galerie in Berlin ist oder vielleicht auch in Österreich irgendwo. Da muss man dann natürlich sich überlegen, wer zahlt dann überhaupt den Transport? Die ganze Zeit, die da auch in Anspruch genommen wird vom Galeristen mit der ganzen Absprache und da muss es verpackt werden und sowas. Da muss man sich dann wirklich überlegen, ist es das dann auch noch wirklich wert, dann auch noch 50 oder 60 Prozent oder vielleicht sogar 70 Prozent vom Verkaufspreis dann wirklich demjenigen dann zu schenken. Wenn der Galerist allerdings wirklich Ahnung hat vom Marketing und es gibt sehr hohe Galerien, die auch wirklich wissen, wie man Kunst verkauft, sonst würde der Markt ja überhaupt nicht funktionieren. Das ist ja logisch. Wenn man dann wirklich so einen finden sollte und der kann einem dann auch so ein gewisses Track Record zeigen, also wirklich auch so, dass man sieht, die Kunst, die er ausstellt, passt auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise, stimmigerweise auch zu deiner Kunst. Das heißt, da kann man schon mal davon ausgehen, dass die jeweilige Zielgruppe, die er ansteuert, schon mal tendenziell schon mal Interesse an deiner Kunst hätte und dann wäre es natürlich interessant, sich auch mit bisherigen Künstlern dann auch zu unterhalten, die bereits in dieser Galerie ausgestellt haben, um halt dann auch zu erfahren, wie denn so die Erfahrungen waren. Das ist auch so ein Ninja-Trick, mehr oder weniger einfach mal die bisherigen Aussteller mal fragen, die bisherigen Künstler und dann kann man entscheiden, ob sich das wirklich lohnt, weil wenn man dann das Gefühl hat, okay, da ist viel Volumen dahinter, also man kann hohes Volumen verkaufen, dann lohnt es sich vielleicht sogar 70% abzugeben, weil die Möglichkeit, die man dadurch erfährt, eben auf eine neue Zielgruppe zuzukommen, auf neue Käuferschichten, das kann potenziell sehr hilfreich sein, muss es aber nicht, das kann auch sehr negativ sein. Was ich auch gerne in so einer Vereinbarung mit einfügen würde, wäre auch eine Vereinbarung, dass man die Kontaktdaten der jeweiligen Käufer dann auch gleich freigibt. Das bedeutet, dass nicht der Galerist darüber entscheidet über den Kontakt und den nicht kontrolliert, sondern man selber dann auch im Nachhinein dann auch den Käufer erreichen kann, um beispielsweise neue Kunst demjenigen zu verkaufen und dann halt einfach so, wie man es halt im Verkauf halt auch kennt generell, dass man immer und immer wieder so eine Wiederauflage erstellt und dann den jeweiligen Kunstinteressenten dann halt nochmal anspricht. Hallo Johann, freut mich, dass du dabei bist. Und genau, darauf sollte man achten. So eine kleine Vereinbarung wäre auf jeden Fall nicht unwichtig, einfach, dass man da auch einfach was für seine eigene Marke macht, weil es geht ja darum, wenn man selbst Vermarktung betreibt und so viel Zeit investiert, dass man halt auch langfristig da irgendwie einen Nutzen daraus erfährt. Und wenn man dann den kompletten Kontakt dann abgibt an eine Galerie, dann muss es schon wirklich einen sehr, sehr guten Grund für dich haben und einen sehr großen Nutzen für dich haben, dass du genau diese Vereinbarung mit eingehst. Der Preis muss gerechtfertigt sein. Es gibt Galerien, die verkaufen deine Kunst in Massen, ja, die wären bereit und wären wahrscheinlich auch in der Lage, das dann auch sehr, sehr gut zu machen. Es gibt wenige, die das schaffen, weil diese Galerien werden geführt wie Unternehmen, die haben halt auch einfach die Manpower, um das zu schaffen und wissen ganz genau, was die Zielgruppe interessiert. Das ist ja eigentlich genau das, was du jetzt ja auch lernst, so gesehen. Und deswegen muss man, da muss man sich wirklich überlegen, lohnt es sich? Aber in den meisten Fällen lohnt es sich eben nicht, deswegen mache ich ja, was ich mache. Deswegen habe ich mir auch genau diese Zielgruppe oder dieses Thema ausgesucht, also Künstler, die halt eben selbst Vermarktung betreiben wollen, weil es ist halt einfach die Zukunft, weil Galerien einfach viel zu teuer sind zum Unterhalt einfach. Also, dass man versucht, dann wie eine Galerie erstmal hoch zu katapultieren aus dem Nichts. Gut, man hat halt sehr viele Kosten, die auf einen zukommen, allein schon Stromkosten, sowas unterschätzt man gerne. Ja, das ist, und dann muss man wissen, welches Produkt eben gut funktioniert. Normalerweise hat man da eben dann auch wirklich eine Marktrecherche, die man da betreibt. Aber wie soll man eine Marktrecherche betreiben ohne ein richtiges Portfolio aus Künstlern? Das heißt, man nimmt eigentlich nur Künstler auf Verdacht rein. Und ich habe mich letztens auch mit jemandem unterhalten, auch aus der Kunstbranche, den ich euch vielleicht irgendwann mal vorstellen darf. Das ist jetzt noch sehr inoffiziell. Aber diese Person hat auch gemeint, es kommt eigentlich nicht unbedingt auf die Kunst an, sondern auf den Künstler. Wie der Künstler eben auch aufgebaut ist, so mental. Hat er jetzt viel emotionalen Ballast, den er mit sich trägt. Das kann sehr, sehr negativ sich auswirken auf die Kunst. Auch wie ist der Künstler in der Lage, sich zu konzentrieren über längeren Zeitraum? Weil je mehr du dich konzentrierst, je weniger Ablenkungen du hast natürlich als Künstler, umso qualitativ hochwertiger wird dann letztendlich da auch deine Kunst. Und umso ernster wirst du auch genommen von diesen Entscheidern oder auch von Personen, die dann direkt von dir kaufen. Was ja unser Ziel ist, dass die Leute direkt von dir kaufen. Und deswegen ist da auch schon so ein sehr interessanter Aspekt zu beobachten, weil was eben Künstler oft lernen, auch im Studium, dass es halt darum geht, möglichst technisch versiert zu sein. Aber durch diese technische Versiertheit hat man nur ein Handwerk gelernt, das einem aber noch nicht per se die Möglichkeit gibt, sich kreativ auszudrücken. Dieses kreativ Ausdrücken kommt ja auch durch Konzentration, sich auf wenige Dinge zu konzentrieren. Und wenn man sich beschränkt auf wenige Dinge, dann kommen eben diese genialen Einfälle. Ja, wenn man halt dann auf einmal nur noch Tusche zeichnet oder nur Acryl- oder Pastellkreide nutzt. Aber dann versucht vielleicht einen Effekt aus der Ölmalerei oder sowas oder aus der Aquarellmalerei zu imitieren, weil man eben auch nur dieses Medium hat vielleicht. So entstehen ja auch interessante Werke, weil auch von Künstlern, die eben gar kein Geld haben und dann halt alles Mögliche nutzen, um ihre Ideen halt auf Leinwand zu bringen. Das ist eben der Punkt, der eben dann Genialität dann auch schafft. Also Einschränkungen sind der Nährboden für Genialität und Innovation, sage ich gerne. Und deswegen ist es für mich ein ganz klarer Faktor, diese Vision, die man auch als Künstler persönlich verfolgt. Es geht ja auch darum, sich zu überlegen, was möchte ich mit meiner Kunst erreichen? Nicht in dem Sinne, wie viel Geld will ich verdienen? Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil. Man muss ja auch irgendwie davon leben. Aber die Käufer, gerade die Sammler, die kaufen ja die Persönlichkeit des Käufers, des Künstlers. Da geht es ja darum, herauszufinden, was motiviert den Künstler und möchte ich auf diesen Zug mit aufspringen? Hat er etwas an sich, das ich unterstützen möchte? Gibt es an diesem Künstler etwas, das ich in mir vielleicht selber auch sehe und vielleicht verstärken möchte in mir vielleicht irgendwie? So eine kindliche Naivität, das sieht man ja auch bei Künstlern. Das wird ja auch gerne angesprochen, dass man das so irgendwie auf den Podest stellt. Wie hat Picasso gesagt? Er hat irgendwie ein paar Jahre gebraucht, um Cezanne zu malen und ein Leben lang wieder zu malen wie ein Kind oder sowas in der Richtung. Irgendwie sowas in der Richtung. Und das ist eben genau auch der Gedanke, dieses Gefühl, das man auch als Künstler versucht zu vermitteln. Damit identifizieren sich dann halt letztendlich auch die Käufer. Diese kleinen Geschichten, die man auch zur Kunst erzählen kann, auch bei der Beschreibung der einzelnen Kunstwerke, da geht es ja auch oft darum, einfach nur Geschichten zu erzählen, damit der Käufer auch anfängt nachzudenken. Sich überlegt, okay, wen habe ich denn da? Was beschäftigt ihn? Welche Themen sind denn für ihn wirklich interessant und inwieweit ist das für mich auch ansprechend? Und da sieht man wieder, der Hintergrund ist wieder die Persönlichkeit, nicht unbedingt das Kunstwerk. Also wenn ich auf Instagram unterwegs bin, ich habe es heute übrigens geschafft, ich habe heute Instagram runtergelöscht von meinem Handy, um mich noch mehr zu konzentrieren, aber wenn ich auf Instagram unterwegs sein sollte, dann sehe ich so viel grandiose Kunst, aber es ist halt visuell ansprechend und man hat dann keinen Grund in erster Linie, sich dann wirklich damit zu beschäftigen. Erstens, wenn es einfach nur visuell schön und großartig ist, so in dem Sinne, das ist der erste Schritt, das ist ja wie bei einer Beziehung, ja, der erste Eindruck zählt natürlich, wenn man sich kennenlernt, man muss sich auch sympathisch sein, aber dann kommt die Tiefe und wenn die Tiefe halt nicht da ist, dann wird es schwierig. Und die Tiefe kann entstehen durch die Persönlichkeit, die dahinter steckt, durch einen persönlichen Bezug zu dem Thema, das man auch anspricht. Es kann symbolischer oder gesellschaftlicher Natur sein, das spricht beispielsweise auch Magnus Resch in seinem Buch an, Management of Art Galeries, was ich unbedingt empfehle, also würde ich jedem empfehlen, der sich auf dem Kunstmarkt versucht, auch zu etablieren. Und ich sehe, wir haben eine, ein Kommentar, keine Frage. Du inspirierst und motivierst mich total für meine Online-Vermarktung. Endlich habe ich das Nischen-Dings verstanden und fahre nun viel geradliniger. Danke dafür. Da danke ich dir. Danke für diesen Kommentar. Genau dafür mache ich das. Denn oft ist es so, Künstler haben ein bisschen ein Problem damit, sich auf diesen Nischen-Gedanken einzulassen, ja, dass man sich dann eingeschränkt fühlt. Die Wahrheit ist aber, wie, dass man, wenn man sich nicht einschränkt und sich nicht entscheidet für einen Bereich, man niemals richtig gut werden kann. Ich bringe das immer wieder auch im Gespräch mit meinen Coaching-Klienten, jedes Mal aufs Neue, du würdest mir niemals zuhören, wenn ich Marketing für Immobilienbüros machen würde und dann nebenbei für Künstler. Macht keinen Sinn, ja, würde niemand machen, würde mich niemand dafür bezahlen. Ja, und deswegen, da würde ich auch nicht besser werden. Darum geht es, dass man sich konzentriert und auf einen Bereich konzentriert, den einem selber auch sehr, sehr gut gefällt. Und am besten einfach einen hohen emotionalen Wert auch hat für dich und dann später dann auch für den Betrachter. Das ist ja dann auch ein eigener Punkt, wen möchte ich denn damit erreichen. Aber es geht natürlich erstmal darum, was interessiert mich. Also, das ist ja wie mit allem. Ich gehe ja auch nicht einfach auf den Arbeitsmarkt und sage, ja, das da würde jetzt mir sehr viel Geld bringen. Ja, das ist ein sehr, sehr effektiver Plan, um sehr unglücklich zu werden. Sich einfach nur einen Job auszusuchen, mit dem man viel Geld verdient, das ist ja langweilig. Und mit der Kunst ist es ja genauso. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Künstler einfach auch irgendwelche Hundeporträts machen könnten. Aber man bräuchte einfach dafür auch einen gewissen Bezug zu dem Thema. Warum ist das für mich so interessant, jetzt auf einmal deinen Hund zu malen? Und ich habe da nichts dagegen. Ich finde das eine sehr schöne Geschichte. Ich mag Hunde. Aber ja, da geht es erstmal darum, eine Basis zu haben, eine Intention, die man vertritt. Und dann kann man sich überlegen, welches Problem möchte ich denn lösen? Oder was möchte ich denn bezwecken mit meiner Kunst? Was soll ich, was will ich beim anderen auslösen auch in irgendeiner Art und Weise? Das kann alles Mögliche sein. Also ich persönlich, ich schaue mir halt einfach auch gerne Kunst an, die mich vielleicht so ein bisschen zum Träumen bringt. Weil ich bin ein relativ rationaler Mensch, obwohl man das vielleicht nicht so denkt. Ich denke gerne in Systemen, weil es mir einfacher macht, Dinge dann zu verbessern, zu optimieren. Und deswegen ist das auch immer so ein Optimierungsablauf bei mir, wenn ich dann auch mit Künstlern arbeite. Ich sehe bestimmte Details und versuche dann da eben dran zu schrauben und zu schauen, was man verbessern kann. Und deswegen so ein schöner Gegenpol ist dann halt wirklich dann sowas wie Seelenwanderung oder sowas. Das sieht man so. Da habe ich letztens ein schönes Bild gesehen. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, den man sich als Nische aussuchen möchte. Menschen, die halt gefangen sind in irgendeinem Bereich ihres Lebens oder sich nicht wohlfühlen in irgendeinem Bereich ihres Lebens. Und man gibt ihnen mit der eigenen Kunst ein Vehikel, um genau aus diesem grauen Alltag vielleicht zu entfliehen. Aus welchem Grund auch immer. Das kann alles Mögliche sein. Menschen haben alle möglichen Probleme. Und Kunst kann eben dabei helfen, genau das zu erreichen. Dirk hat eine Frage. Was schätzt du macht den Erfolg eines Künstlers eher aus? Mehr Persönlichkeit oder Werke? Welche Gewichtung schätzt du? Persönlichkeit, ganz sicher. Zu 100 Prozent. Weil, wenn der Künstler ein ehrliches Interesse hat, Kunst zu machen und die Persönlichkeit dahinter, gewisse Attribute erfüllt. Fokus, Disziplin, eine gewisse Form von Kreativität geht einfach da einher. Also, wenn man diszipliniert ist, kommt auch die Kreativität, wenn man halt dann gezwungen ist, in einem bestimmten Bereich zu denken. Und in diesem kleinen Bereich kommen dann Ideen, die halt genau durch diese Einschränkungen versuchen, Probleme oder vielleicht auch Lösungen, also Probleme zu lösen und Lösungen zu finden. Und deswegen ist die Persönlichkeit ganz, 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 ganz wichtig. Das ist wie mit allem. Das ist auch im, also ich würde es auch sagen, im Sport ist es genauso. Also, da kannst du super talentiert und gut sein. Du kannst viele Tore schießen, aber wenn du dann so viele Eskapaden in deinem Privatleben hast oder dich nicht kontrollieren kannst, wenn du deine Impulse nicht unter Kontrolle hast und ständig dich als Opfer deiner Umstände siehst, ja, das funktioniert nicht. Das ist wie mit allem. Ich bin auch der Meinung, Menschen, also Unternehmer und so, auch Künstler, haben keine Unternehmens- oder Businessprobleme, sondern es sind immer persönliche Probleme, die sich verstärken im eigenen Business. Also, deswegen bin ich einfach der Meinung, die Persönlichkeit kommt an aller, allererster Stelle. Das ist etwas, was meiner Meinung nach auch in der Schule ein bisschen vernachlässigt wird. Und wenn die Basis nicht steht, dann kannst du dir Techniken beibringen, wie du willst. Es hilft nicht. Ja, also man muss da schon eine gewisse Persönlichkeit mitbringen und bereit sein, sich auch zu entwickeln. Ich habe auch oft das Gefühl, dass Künstler sich mit einem gewissen Stereotyp versuchen zu identifizieren und sie vielleicht auch in so einen Stereotypen flüchten und dann sagen, ja, ich bin halt unordentlich, weil ich Künstler bin. Ja, das ist keine Ausrede. Das finde ich persönlich, ja, finde ich nicht besonders klug, weil man dann eben sagt, ich bin halt so, das sind meine Impulse und ich kann nichts dagegen tun. Also, ich finde schon, dass man Verantwortung übernehmen sollte für sein eigenes Handeln und auch diese Sachen, so, ich bin kein Morgenmensch und sowas. Das sage ich immer wieder. Also, ich habe jahrelang als Türsteher gearbeitet, bin um 5 Uhr zum Teil ins Bett und dann um 1 Uhr nachmittags ist aufgewacht. Ich stehe jetzt morgens auf. Ja, also, keine Ahnung. Also, das sind einfach die Dinge. Diese Persönlichkeit ist eigentlich an erster Stelle. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Frage von Dirk. Wie hilfst du dann introvertierten Persönlichkeiten? Hm, da nehme ich einen Schluck. Ich bin auch der Meinung, wenn man sich beispielsweise diesen Maya Briggs-Test anschaut, sehr, 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 ja, verbreiteter Persönlichkeitstest. Ich glaube, 16personalities.com oder sowas sollte mal jeder mal gemacht haben. Ist schon sehr interessant. Zeigt dann so gewisse Tendenzen an, ob man extrovertiert ist, ob man introvertiert ist, ob man eher intuitiv denkt oder eher logisch, ob man eher kritisch ist oder verständnisvoll. So, solche Geschichten. Das Lustige ist, den Test habe ich dreimal gemacht. Innerhalb von Abständen weniger Jahre. Mein Ergebnis hat sich jedes Mal verändert. Am Anfang war es introvertiert. Dann war es extrovertiert. Dann haben sich ein paar andere Parameter auch verändert. Und heute habe ich ein ganz anderes Ergebnis. Also, ich bin der Meinung, dass wir keine statischen Wesen sind. Das wäre auch ziemlich unfair und wie auch blöd, wenn ich mir das so vorstelle. Ich glaube, dass wir uns stetig entwickeln. Und jemand, der sehr introvertiert ist, sollte sich einfach dessen bewusst sein, dass seine Tendenz momentan introvertiert ist. Und diese Introvertiertheit kann ein großer Schatz sein. Nur Extreme sollten vermieden werden. Das sagen ja auch schon die Buddhisten. Ich bin jetzt zwar kein Buddhist, aber Extreme sind schädlich, egal in welche Richtung es geht. Und deswegen würde ich sagen, gerade wenn sich jemand dann diesen Myers-Briggs-Test anschaut, diesen 16personalities.com, glaube ich, heißt die Website, und dann sieht, okay, ich bin zu 70% introvertiert, dann spricht das ja natürlich dafür, dass man gerne allein ist, dass man gerne sich konzentriert und Sachen für sich macht, gerne in seinem Kopf gefangen ist. Gerade wenn man merkt, dass es in diese Richtung geht, sollte man aktiv genau andere Aktivitäten suchen, indem man dann aktiv auf Menschen zugeht, indem man aktiv sich auch öffentlich vielleicht äußert, beispielsweise auch Videos macht, so wie ich das beispielsweise jetzt auch mache. Oder sich auch mal auf so Netzwerkevents mit anderen Leuten zu unterhalten, aktiv auf Leute zuzugehen. Ganz einfaches Beispiel. Und gefällt dir heute auch die Veranstaltung? Damit kommst du in jedes Gespräch rein. Ich bin der Meinung, man sollte seine Extreme ausbalancieren. Und deswegen wäre mein Tipp, mit Künstlern am Anfang, gleich am Anfang würde ich gleich sagen, okay, das, was du glaubst zu sein, ist einfach nur eine Idee, die du hast von dir selber. Und die ist geprägt durch Erfahrungen, die du irgendwann mal in der Vergangenheit hattest und durch deine Prägung und Dinge, die dir deine Eltern gesagt haben oder Freunde und Bekannte. Und das sind Dinge, die man ablegen kann. Und Extreme halten einen nur auf. Deswegen bin ich nicht der Meinung, dass es so etwas wie einen introvertierten Mensch gibt. Es gibt einen, ich glaube, introvertierte Menschen sind einfach Menschen, die sich das lange genug als persönliche Wahrheit vorgelebt haben. Und wenn du halt immer wieder einfach auch Dinge tust, die man assoziiert mit introvertierten Menschen, dann nimmst du dieses Selbstbild irgendwann mal für dich selber auch an. Ja, das stimmt natürlich auch. Dirk schreibt, naja, die Persönlichkeit ist ja kein Jackett, dass man einfach so, dass man so einfach wechseln kann. Da bin ich absolut auf deiner Seite. Stimmt. Die Dinge, die wertvoll sind zu ändern oder die wichtig sind zu ändern, kann man nicht einfach so schnell ändern. Deswegen, es braucht Zeit, es braucht Arbeit. Aber es ist es wert. Ja, ich meine, allein für Künstler, was es da für Möglichkeiten gibt. Also wenn du als Künstler bereit bist, in die Menschenmenge rauszugehen und dich mit Menschen zu beschäftigen und dein Studio bereit bist zu verlassen, da brauchst du nie wieder eine Galerie. Dann gehst du auf irgendwelche Messen und machst dort Live-Paintings und für spezielle Veranstaltungen, auch Restaurants und Event-Bookings. Da kann man auf die Leute zugehen und sagen, hey, ich mache Live-Paintings für euch oder irgendwas. Und also, was es da für Möglichkeiten gibt, das kann man alles gar nicht in einem Leben alles schaffen. Aber dadurch erreichst du halt viel, viel schneller Menschen, die, also wenn du verkaufen willst, dann muss man natürlich immer irgendwie Menschen erreichen. Und je extrovertierter du bist, je bereiter du bist, auch einfach Zurückweisungen mit offenen Armen zu begegnen und dir nicht so viele Gedanken darüber machst, wie andere Menschen über dich denken, dann bist du absolut frei. Und gerade als Künstler, wenn es dir dann egal ist, das ist eine Stärke, daran kann man arbeiten. Ich finde, das ist wie Bizeps-Training. Am Anfang tut es richtig weh und da braucht es halt ein bisschen. Und irgendwann ist der Bizeps groß und ich glaube, genauso ist es. Also ich persönlich bin der Meinung, dass es genau so ist. Ich war auch sehr, sehr introvertiert. Ich habe zwar früher sehr aktiv getanzt und so weiter, aber ich war dann trotzdem mal im Kopf. Ich habe dann halt die Menschen ausgeblendet. Und ich würde jetzt sagen, ich bin ziemlich extrovertiert. Deswegen, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Hallo Brigitte. Freut mich, dass du auch wieder dabei bist. Aber genau das Thema Selbstbild. Damit habe ich mich sehr, sehr lange beschäftigt, weil ich einfach auch mich immer schon damit mit der Frage beschäftigt habe, was unterscheidet denn wirklich Menschen so grundlegend? Ich glaube nicht, dass wir so grundlegend unterschiedlich sind. Ich glaube schon, dass wir mit einer gewissen Grundneigung zwar auf die Welt kommen, auch Talente haben, gewisse Neigungen, die dann halt auch sich ausprägen. Aber auch von der Persönlichkeit her sind das, glaube ich, auch nur kleine Tendenzen. Und wenn man dagegen, wenn man Dinge tut und sich selbst beweist, dass das Gegenteil auch möglich ist, dann glaube ich nicht, dass man da wirklich Opfer seiner Impulse und Umstände ist. Ich glaube, dass man alles ändern kann. Also wenn man sich die Biografien von wirklich erfolgreichen Menschen auch durchliest, eine Biografie, die ich sehr, sehr interessant finde, ist von Malcolm X. Also kann man von ihm halten, was man will, aber wenn man sich durchliest, was der für eine Entwicklung gemacht hat, gerade wenn man viel Zeit mit sich selber verbringt und keine Ablenkungen hat, wie im Gefängnis, dann legt man auf einmal viele schädliche Verhaltensweisen ab. Und ich glaube nämlich auch, dass bei Künstlern genau das auch so was ist. Dass man sich gerne dann mit anderen umgibt, die ein bisschen das Wertekonstrukt unterstützen, das man selber auch in sich trägt. Und dann heißt das ja, ich bin introvertiert oder ich bin Künstler und mache deswegen die Dinge so. Oder Künstler sind prinzipiell immer unpünktlich oder sowas. Wenn man daran glaubt, dann ist es natürlich so. Man handelt ja auch entsprechend seines Selbstbildes. Und es ist nur von Vorteil, wenn man sein Selbstbild als Künstler auch dem anpasst, was man persönlich auch erreichen möchte. Weil dein eigenes Handeln, deine eigenen Fähigkeiten, deine eigenen Ergebnisse werden niemals die Grenzen deines eigenen Selbstbildes überschreiten. Da wirst du dich doch vorher schön selber sabotieren. Das passiert dann einfach, dass man müde ist. Steht auch erst in der Stunde auf oder sowas. Oder wenn es dann darum geht, Kunstwerke zu verkaufen und der Kunde ist da, dann fühlt man sich auf einmal ganz, ganz komisch. Weil das halt einfach nicht konkurrent ist mit dem eigenen Selbstbild. Und da gibt es genügend Bücher darüber, die genau das dann auch zeigen, wie man sowas verändern kann. Deswegen bin ich da der Meinung, die Persönlichkeit ist das allerwichtigste beim Künstler. Einfach deswegen, weil man dann halt mehr Kontrolle ausüben kann über sein Umfeld auch und über die Dinge, die auf einen einprasseln. Man kann ja nicht auf alles reagieren, wie man sich gerade fühlt. Das geht nicht. Also die Gefühle kann man in seiner Kunst dann verwirklichen. Aber gerade wenn es darum geht, dann Dinge zu verkaufen oder sich dann auch Kritik zu stellen, gerade als Künstler, da hört man dann viele, viele böse Dinge. Also gerade, wenn man dann erfolgreich wird als Künstler, da darf man sich vielen bösen Blödsinn anhören. Und davon muss man einfach auch sich ein bisschen schützen. Hallo Brigitte, hab was Tolles gelesen. Ein Künstler, dessen Arbeit nicht wächst und sich nicht verändert, ist ein Künstler, dessen Kreativität tot ist. Absolut. Kann ich nur zustimmen. Ich glaube nämlich auch, dieser Gedanke, bleib deinen Wurzeln treu und sowas. Da bin ich nicht unbedingt ein Freund davon. Vielleicht sind deine Wurzeln nicht unbedingt hilfreich für das, was du machen möchtest, wo du hin möchtest. Deine Wurzeln, über die hast du nicht entscheiden dürfen. Manchmal. Es macht natürlich auch Sinn, gerade wenn es dann darum geht, die eigene Intention als Künstler zu definieren, dass man wirklich auf die Dinge zurückblickt, die einem richtig viel Spaß bereitet haben. Oder vielleicht Themen mit hoher Emotion, die du hinter dir gelassen hast. Also wenn du beispielsweise ein großes Trauma hattest, ich habe mich auch mit einer Künstlerin hier aus Wingsburg unterhalten und sie verarbeitet in ihrer Kunst das Thema Verrat. Ja, weiß ich nicht, ob ich dann einem Künstler empfehlen würde, sich intensiv mit solchen Themen zu beschäftigen, sondern vielleicht auch einfach das so hinter sich zu lassen, vielleicht neue Themen anzusprechen, Dinge, die einen interessieren und dazu gehört natürlich, dass man sich auch entwickelt. Von Dirk ein Kommentar. Ja, ja, die Sache mit der Boheme wird wohl immer für die eine oder andere Entschuldigung herhalten. Ja, ich ja, das ist auch hier in unserem Kunstverein, wir haben ja auch einen Kunstverein in Wingsburg. Da wird ausgestellt und dann gibt es dann alle möglichen Veranstaltungen und da ist auch viel, viel, viel Arbeit dahinter. Also es sind auch sehr talentierte Menschen. Nur wenn ich da reinkomme und der Schuppen ist nicht aufgeräumt. Ja, weiß ich nicht. Also, dann schreibt man da 3.000, 4.000 Euro drauf und dann ist da aber, ist das alles so schmutzig. Das sind genau die Punkte. Also, nur weil man irgendwie das glaubt, so sein zu müssen, sollte man sich vielleicht überlegen, ob das nicht sogar abschreckend ist für jemanden, der dann sein Geldbeutel rausholt, Kreditkarte, so, hier buch mir 4.000 Euro ab. Ja, der schaut halt eben auf solche Dinge. Wie läuft es denn hier ab? Ist es denn vertrauenserweckend? Es mag Leute geben, die darauf abfahren, die gerne sehen, dass der Künstler in seinem eigenen Dreck lebt und sich nur mit seiner Kunst beschäftigt, aber ich finde, dass man schon sich auch als Künstler ein bisschen wie ein, oder man sollte sich eigentlich wie ein Profisportler sehen. Es gibt bestimmte Dinge, die Profisportler einfach nicht machen und unter anderem ist es eben auch sauber und geordnet zu leben und es sind auch kreative Menschen. Sport ist sehr kreativ und ich glaube nur, ich bin der Überzeugung, dass es das eigene Schaffen nur unterstützen kann. Allein regelmäßige Schlafzyklen, was das hormonell in deinem Körper anrichtet, wenn du immer Nachtschicht machst und hier um 4 Uhr dann aufhörst zu malen und dann wachst irgendwann mal um 9 Uhr wieder auf und dann gehst du irgendwann mal um 7 Uhr Abend schlafen, weil du total übernächtigt bist, das wirft den kompletten Hormonhaushalt durcheinander, du kannst nicht produktiv sein, dann ist natürlich die Motivation weg, man weiß nicht, woher jetzt auf einmal dieses Loch kommt, in das man da reingerutscht ist. Es sind schon viele Punkte, die dann aufeinander aufbauen, viele Problemchen, die dann aufgrund dieses seltsamen Lebensstils dann zu einem ganz, ganz depressiven Dasein dann auch führen können. Also ich sage eigentlich jedem meiner Künstler ist es ganz wichtig, dass man das wirklich sieht als Unternehmen, was man da hat und braucht halt diese Systeme und diese Systeme müssen sauber und geordnet sein und alles innerhalb dieser Systeme kann ja kreativ sein, aber ich finde genau da unterscheidet man einfach. Also ich bin auch der Meinung oder ich bin davon überzeugt, dass Künstler oft auf den Markt gehen ohne eine These, die wissen auch gar nicht, was sie eigentlich hier machen und warum sie überhaupt diese Kunst machen und was sie damit bezwecken wollen, dann wird diese Kunst präsentiert, aber dann wird nicht aufs Feedback geachtet. Stell dir mal vor, du fängst an irgendwie einen Sport zu machen, also beispielsweise Cricket oder sowas, du kennst die Regeln nicht, aber hey, du hast einen Schläger in der Hand. Naja, dann spielst du einfach so, wie du dir das vorstellst, hast aber gar keine Vorstellung darüber, wie das Spiel eigentlich ausgehen sollte, weil du nicht weißt, wie Cricket gespielt wird, aber du achtest auch nicht aufs Feedback, weil du ja eh keine These hattest. Das ist ein seltsames Spiel, dass du da spielst. Ja, und so ist es halt auch in der Kunst. Du kannst nicht einfach nur Kunst machen und darauf hoffen, dass dich jemand entdeckt, das ist eh schon vorbei. Es wird auch von den Galerien immer erzählt, ja, wir entdecken euch und sowas, wenn ihr gut seid, werdet ihr entdeckt. Das sagen sie nur, weil sie halt so viele Anfragen bekommen und keinen Bock haben, dass sie noch mehr überfüllt werden mit irgendwelchen Anfragen, aber das ist keine Strategie. Man muss wissen, was man bezwecken möchte und erst wenn man diesen Fokus hat, fühlt man sich auch als Künstler selbstbewusst, dann weiß man, was man erreichen möchte. Das finde ich persönlich einfach einen ganz wichtigen Punkt, weil stell dir vor, du machst einen kleinen Tante-Emma-Laden auf und dann wird da einfach irgendwie alles verkauft oder Dinge verkauft, die du persönlich gut findest. Es wird nicht darauf geachtet, was der andere möchte. Es wird nicht darauf geachtet, was es im Umkreis gibt. Es wird nicht darauf geachtet, wie viel die Menschen bereit sind auszugeben. Man braucht nicht irgendwie im Dorf dann anfangen, irgendwie Spezialitäten zu verkaufen, die vielleicht, oder französische Spezialitäten, die den bayerischen Sepp nichts sagen, ja. Da muss man dann halt auch auf seine Zielgruppe achten und schauen, okay, wie kann ich meine Zielgruppe erreichen mit dem, was für mich wichtige Kunst ist und dann, wenn ich die Zielgruppe gefunden habe und ich bin mir dessen bewusst, was diese Zielgruppe will, dann kann ich entscheiden, okay, gibt es jetzt Dinge, die ich anpassen kann, ohne mich selbst zu verraten als Künstler. Ja, das ist genau dasselbe, als würde ich jetzt dann wirklich einen Tante-Emma-Laden mit französischen Spezialitäten aufmachen und dann kommt da jemand rein und sagt mir, ja, er hätte aber noch gerne rohpolnische Würstel drin, Würstchen. Ja, dann muss man ihm natürlich sagen, nee, das passt nicht zu unserem Sortiment, das wäre nicht stimmig und der müsste das dann auch verstehen und genauso muss man auch sein eigenes Portfolio betrachten. Ein Kommentar von Dirk, ich denke, als Künstler, Künstlerin, Künstler ist es wichtig, sich nicht zu verschließen, Kreativität ist doch die Reaktion auf von außen einströmende Reize, wir als Künstler haben die Mittel, dies nicht nur aufzunehmen, sondern zu verarbeiten und zu materialisieren, wir sollten unbedingt stolz sein auf diese Fähigkeit, ich glaube, dass 80 Prozent der Menschheit um uns diese Fähigkeit sehr, uns um diese Fähigkeit sehr beneidet. Absolut deiner Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass Kunst mehr Einfluss haben sollte in allen Bereichen des Lebens, deswegen mache ich das ja auch. Es ist absolut, bin ich absolut deiner Meinung. Kreativität, ich habe da eine sehr interessante Definition mal gesehen oder gehört zu diesem Thema und zwar Kreativität entsteht aus fernen Assoziationen. Also nicht unbedingt, also kann natürlich sein, das ist eine These, dass man einfach ferne Assoziationen hat und die führen zueinander aus irgendeinem kognitiven Prozess und das führt dann einfach dazu, dass dann etwas Neues entsteht. Beispielsweise, wenn man als Künstler sich dann wirklich mit einem Thema beschäftigt und man hat eine gewisse Methode vor Augen und möchte dieses Thema stimmig kommunizieren, da hat man zwei ferne Themen und man beginnt, die aneinander zu reiben und irgendwann mal hat man diese ferne Assoziationen geschaffen. Und das macht dann eben auch diesen Wiedererkennungswert aus, dass man einfach dann plötzlich Dinge miteinander verbindet, die davor nicht verbunden werden konnten und daraus kann Kreativität entstehen. Es kann aber auch natürlich, es können alle möglichen Themen sein, also das ist jetzt nur eine These, was Kreativität ist, das weiß ja kein Mensch, da gibt es ja viele Meinungen, deswegen, aber ich finde das schon wichtig, dass Künstler auch anders wahrgenommen werden, einfach aus dem Grund, weil Künstler in allen Bereichen egal ob es in der Literatur ist oder auch in der Werbung, ich bin ja ein Werbemensch, verändern wirklich Dinge. Schau dir einfach mal das iPhone an, das ist ja auch ein Designstück, das sind Dinge, die man tagtäglich mit sich umträgt und Kunst hat halt einen sehr, sehr positiven Einfluss auf die Menschen, habe ich das Gefühl und deswegen sollte das einfach mehr in den Alltag einfließen. Wir haben jetzt noch eine Minute, liebe Freunde, heute war das mehr ein Monolog, aber das mache ich natürlich sehr gerne, einfach auch mal so meine Denkprozesse so ein bisschen rausblubbern zu lassen. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann könnt ihr sie jetzt noch stellen, ja, ansonsten würde ich das dann so langsam ausklingen lassen, für diejenigen, die sich das nochmal ansehen wollen, können das natürlich auf YouTube anschauen oder eben auch in der Ikonen-Community, diejenigen, die sich das jetzt auf YouTube anschauen, können der Ikonen-Community auch beitreten, unten wird dann auch in der Beschreibung dann auch der Link zur Ikonen-Community hinzugefügt. Ja, und wir sind jetzt bei 45 Minuten gleich und ich bedanke mich für eure Teilnahme, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt doch einfach mal eine 1 in die Kommentarbox, Ja, Dirk, Monolog, stimmt schon ein bisschen, ja, muss ich dir natürlich danken, du hast sehr viele Fragen gestellt, aber verglichen jetzt beispielsweise mit dem mit dem letzteren Livestream, da waren ja viel mehr Fragen auch involviert und was aber nicht bedeutet, dass ich das jetzt irgendwie schlecht finde. Das ist auch mal ganz gut. Gut, dann wünsche ich euch, wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Genau, es gibt ja jede Woche gibt es auch eine Empfehlung, auch eine Empfehlung von mir und zwar rc.net das ist eine Seite, die euch regelmäßig mit Statistiken, ich habe das einfach mal in die Kommentarbox, die euch mit Statistiken und wichtigen Zahlen zum Kunstmarkt auch beliefert. Ich kann euch ja viel erzählen, das ist immer gut, wenn man dann auch selber ein bisschen recherchieren kann und dort recherchiere ich auch viele meiner Daten und es gibt dort eben auch noch interessante Artikel zum Thema, wie Galerien eben sich in Zukunft auch bewerben und wie sie Marketing machen sollen, ist auch ganz gut, dann könnte man auch so ein bisschen Einblick sich selber verschaffen in diese Branche und vielleicht auch so sein eigenes Marketing so ein bisschen anpassen, vielleicht hat man da dann auch Ideen, neue Ideen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, ich werde es nächste Woche nochmal explizit anmelden und nochmal nochmal ankündigen, damit noch mehr Leute dabei sind, aber es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. So.